Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den italienischen Zerstörer auf Stufe 4, die Maistrale am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welches Modul ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt beim Modul an. Dort nutze ich das Zielsystem Mod 1, um die Streuung der Hauptbatterie zu verbessern. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Abluftnebelerzeuger mit 3 Aufladungen mit einer Dauer von 10 Sekunden und einer Wirkungsdauer von 25 Sekunden. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit 3 Aufladungen, welcher für 15 Sekunden die Geschwindigkeit um 25% verbessern kann. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 18 Punkte, Trefferpunkte 13.400, was auf jeden Fall ein guter Wert ist. Panzerung 6 bis 10 Millimeter. Hauen uns dort schnell die Panzerungsgruppen an. Allerdings nichts wirklich interessantes zu erwähnen für einen Zerstörer auf der Stufe. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 22 Punkte und bei der Hauptbatterie haben wir 2x2 120 Millimeter Geschütze mit einer Reichweite von 9,9 Kilometern, was etwas schlechter ist wie der Durchschnitt. Ladezeit haben wir 5,8 Sekunden, was auf jeden Fall etwas besser ist wie der Durchschnitt. Damit kann man wirklich gut arbeiten. Dauer für die 180 Grad Drehung 12,9 Sekunden, was auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert ist. Und die Sprengranaten machen einen Höchstschaden von 1750 mit einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der SAP Höchstschaden liegt bei 2600. Und damit haben wir auf jeden Fall einen durchschnittlichen HE Schaden pro Minute und sogar einen leicht überdurchschnittlichen Feuerstarter. Aber gerade natürlich gegen leicht gepanzerte Ziele wie Zerstörer sollte man auf jeden Fall die SAP nutzen. Das haut auf jeden Fall richtig rein. Bei den Torpedos haben wir 8 Punkte und dort haben wir 2x3 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 80 Sekunden, was doch eher eine etwas schlechtere Ladezeit ist. Dauer der 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden 8600, was doch auch eher ein schlechterer Wert ist. Torpedo Erkennbarkeit zur See 1,1 Kilometer, was etwas besser ist wie der Durchschnitt. Torpedo Reichweite 8 Kilometer, was auf jeden Fall eine sehr gute Reichweite ist. Und die Torpedo Geschwindigkeit 56 Knoten, was doch sehr langsam ist. Und damit haben wir auch leider einen sehr sehr schlechten Schaden pro Minute, was die Torpedos angeht. Wir haben natürlich nicht viele Torpedos und dort auch wirklich sehr sehr geringen Schaden und eine schlechte Ladezeit. Bei der Flugabwehr haben wir 7 Punkte und dort haben wir 2x2 13,2 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 8 und einer Reichweite von 1,2 Kilometern. Und noch 2x1 40 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 11 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Und damit haben wir leider eine schlechtere Flugabwehr für die Stufe. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 91 Punkte. Höchstgeschwindigkeit 38 Knoten, was auf jeden Fall ganz gut ist. Kann man sich nicht beschweren, speziell wenn man dort natürlich den Motorboost nutzt. Denn es ist natürlich für eine kurze Zeit sehr sehr schnell. Wendekreisradius 590 Meter, was minimal schlechter ist wie der Durchschnitt. Und die Ruderstellzeit etwas besser wie der Durchschnitt mit 2,5 Sekunden. Damit kann man auf jeden Fall auch sehr gut arbeiten. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 92 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser 6,6 Kilometer, was leider ein sehr schlechter Wert ist auf der Stufe. Erkennbarkeit zu Luft 3,1 Kilometer, minimal schlechter wie der Durchschnitt. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer. Und Erkennbarkeit beim Feuern im Nebel genau im Durchschnitt mit 2,2 Kilometern. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Luigi Rizzo mit der Basisfähigkeit die große Flucht. Und geskillt haben wir einmal. Aufmerksamer Zorn um die Hopp Batterie zu verbessern. Als zweites Prüfnerblick für einen besseren Tarnwert. Als drittes Aufmerksam um den nächsten Gegner angezeigt zu bekommen. Außerdem erleiden wir auch weniger Schaden, was natürlich sehr sehr angenehm ist. Als viertes Nebel über dem Wasser und als legendären Skill unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen voll auf Tarnung mit dem Erich Bay und Jersey Swirsky. Alternativ wäre natürlich auch der William Sims eine starke Inspiration. Hier könnte man bis zu 1600 Trefferpunkte dazu bekommen, was natürlich sehr sehr stark ist. Aber ich bleibe hier voll auf den Tarnungsinspirationen. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Land des Feuers mit dabei. Der Captain Yoink in der Kirov. Ein 4er, 5er Gefecht haben wir hier erwischt. Und es handelt sich hierbei um die kleinere Version von der Karte Land des Feuers. Ehrlich gesagt bin ich in den meisten Fällen nicht unbedingt ein großer Fan von diesen kleinen Karten. Von größeren sozusagen runterskaliert für untere Stufen. In den meisten Fällen bieten diese Karten durch ungünstig liegende Inseln oder sonstigen Sachen. Oder auch einfach zu kleiner Größe teilweise. Denn nicht so spannende Gefechte. 3 Zerstörer ein Gegner-Team. 1 Kreuzer. 5 Schlachtschiffe. Auf jeden Fall ein angenehmes Matchmaking, würde ich sagen, für unser Schiff. Wenig Kreuzer. Das ist als Zerstörer immer gut. Speziell, weil wir keine AP-Munition haben, um dort wirklich Zitadellen zu machen gegen. Und ja, 3 Zerstörer werden wir hoffentlich die Chance haben, den ein oder anderen feindlichen Zerstörer auch mit der SAP der Halbpanzer brechenden Munition zu beschießen. Ein feindlicher Zerstörer ist auf jeden Fall schon mal im C-Punkt und der zweite gerade im B-Punkt reingefahren. Das heißt, wenn wir einen hier auf der Seite haben, dann maximal wirklich einen. Wir versuchen jetzt hier erstmal um die große Insel rumzukommen. Wir wissen aber, dass auf jeden Fall kein Gegner dort direkt hinter steht aktuell. Sonst wäre der A-Punkt ja umkämpft. Kreuzer ist in der Mitte. Das heißt, dort wird wahrscheinlich auch der Zerstörer aus der Division sein. Die Jaguar. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall nicht die Jaguar. Oh, und konnten jetzt hier auch unser Ebenbild finden. SAP ist in der Luft. Treffen leider nur eine Granate. 850. Schaden hier gemacht. Das war auf jeden Fall ein besserer Treffer. Drei Treffer. Bei 1.500. Und erwidert hier den Kampf mit HE. SAP ist dort natürlich im direkten Kampf die deutlich bessere Wahl. Hat hier auch massive Probleme, überhaupt seine Türme auf uns zu bringen. Schießt hier eigentlich so gut wie nur mit dem einen Turm. Und jetzt kommt der Nebel. Haben hier natürlich auch kaum Trefferpunkte verloren. Also im Kampf gegen feindliche Zerstörer sieht man hier glaube ich als Paradebeispiel unbedingt die SAP nutzen. Das lohnt sich schon. Wenn diese natürlich komplett angewinkelt sind, dann kann man auch mal die HE nutzen. Aber sobald die Gegner ein bisschen Angriffsfläche bieten, ist die SAP Munition hier auf jeden Fall die richtige Wahl. Hier wieder ein schöner Treffer. 2.000 mit drei Granatentreffern. Und noch zwei weitere Treffer. Und draußen ist der erste Zerstörer. Beziehungsweise ist schon der zweite Zerstörer. Und wenn man beide Teams betrachtet, ist es sogar schon der dritte. Weil zwei Zerstörer schon bei C gestorben sind in der Zwischenzeit. Aber nichtsdestotrotz. Sehr sehr schön. Gegnerteam hat mehr oder weniger die A-Seite und die C-Seite verloren. Das ist natürlich das, was überhaupt nicht passieren darf. Weil wenn man dann quasi ins Kreuzfeuer gerät, dann ist es sehr sehr unangenehm. Jaguar, wie wir vermutet haben, in der Mitte bei B. Wir öffnen jetzt hier mal das Feuer gegen die König. Leider zu tief gezielt mit der SAP. Gegen etwas stärkere Ziele, was die Panzerung angeht, möchte man natürlich die Aufbauten treffen. Oder teilweise Bugpanzerung, je nachdem. Dort, wo auf jeden Fall die Schiffe nicht so stark gepanzert sind. Versuchen jetzt hier nochmal die New Mexico zu treffen. Haben aber nicht ganz die Reichweite, um dort anzukommen. Sieht so aus, als wenn die König sich hier reintraut. Deswegen hauen wir hier auf jeden Fall mal die Torpedos in die Richtung. Gut auch, dass die König jetzt in dem Moment zugeht. Das bietet eigentlich immer so ein bisschen Sicherheit, wenn man als Schlachtschiff zugeht. Hat man eigentlich nicht zu erwarten, dass dort unbedingt ein Zerstörer ist, der schon längst Torpedos unterwegs hat. Jetzt wird die König hier wieder aufgeklärt. Aber ich glaube, er riecht hier den Braten nicht. Schießen jetzt hier auch schon mal ein bisschen los, in der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Brand machen mit unserer Hauptbatterie, um eine permanente Flutung zu bekommen. Und die Torpedos sehen hier auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Sind natürlich sehr, sehr schwierig zu treffen durch die schlechte Geschwindigkeit. Treffen hier auf vier Torpedos, aber man hat glaube ich auch schon gesehen, leider ist der Torpedoschaden auch zu der Geschwindigkeit relativ schlecht. Dementsprechend haben wir hier auch nicht unfassbar viel Schaden machen können gegen den König. Wenn man überlegt, dass wir zwei Drittel von unseren Gesamttorpedos hier betroffen haben. Konnten aber wenigstens einen permanenten Brand machen. Die Jaguar ist hier auch noch. Ich hoffe, dass wir die Jaguar hier nochmal ein bisschen mit SAP bekämpfen können. Und das wäre super. Wir haben jetzt hier mehr oder weniger unseren Nebel defensiv genutzt, um hier die eine oder andere Salve einfach mal auf den Gegner zu bekommen. Vielleicht kriegen wir ja auch nochmal die Gelegenheit, in der Runde den Nebel offensiv zu nutzen. Königsberg auf jeden Fall fast draußen. Das gleiche gilt für die König, die hier immer noch den Brand auf sich hat. Ging hier zwar leider nicht unseren zweiten Kill, aber König haben wir auf jeden Fall gut runtergelöst. Geschossen, ca. 30.000 Schaden gegen gemacht, glaube ich. Und der Captain Yoink holt sich die Königsberg. Und es sieht so aus, als wenn leider die Jaguar dort auf den Kamikaze-Angriff geht. Auf den Captain Yoink und wir hier leider keinen zweiten Zerstörer vor die Flinte bekommen. Was natürlich schade ist. Ja, Torpedos da. Ernichtende Schläge werden hier ausgetauscht. Ist natürlich gut für unser Team. Unser Team hat hier den runden Vorteil. Wir haben noch mehr Schiffe übrig. Von daher kein guter Spielzug vom feindlichen Zerstörer. Speziell, weil er uns damit natürlich jetzt auch den B-Punkt überlässt. Und die Runde ist jetzt auf jeden Fall garantiert gewonnen. Da kann nicht mehr viel passieren. Speziell, weil wir auch noch drei Schlachtschiffe bei C haben. Gegner-Team bekommt keine Punkte mehr. Und das eine Schlachtschiff dort geht jetzt auch raus. Bleibt nur noch die Tennessee übrig. Würde mich natürlich freuen, wenn wir dort auf jeden Fall nochmal dicht rankommen. Eventuell dann nochmal unseren Nebel offensiv einsetzen können. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir holen uns hier aber als erstes auf den Weg den B-Punkt. Nutzen jetzt hier schon mal unseren Motorboost, um einfach ein bisschen schneller hinzukommen. Müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht aus dem Cap rausfahren. Sollte aber passen. Minimal runtergebremst. Motorboost ist eh wieder aus. Hätte man sich auch gut aufsparen können in Kombination mit dem Abluftnebelerzeuger. Wir werden gleich sowieso aufgeklärt. Von daher eröffnen wir jetzt hier auch mal die Hop-Batterie. Und nutzen jetzt offensiv unseren Nebel. Wie gesagt, wenn man hier in Kombination noch den Motorboost nutzt, kommt man natürlich nochmal ein bisschen schneller ran. Wäre wahrscheinlich die optimale Möglichkeit, um offensiv das Ganze zu nutzen. Versuchen jetzt hier auf die andere Seite seiner Geschütze zu kommen. Und warten natürlich mit den Torpedos so lange wie möglich, um es für ihn unmöglich zu machen, auszuweichen. Die sechs Torpedos sind unterwegs. Dennis hat hier etwas über die Hälfte noch an Trefferpunkten. Und treffen alle sechs Torpedos. Leider Gottes nicht unfassbar viel Schaden, was die Torpedos machen. Hier nicht optimal gezielt. Hennessy geht raus und die Runde ist gewonnen. Sehr schön. 80.000 Schaden wurden es am Ende mit 70 Hop-Batterie-Treffern. Zehn Torpedotreffer. Ein Ausfall. Ein Schiff zerstört. Zwei Brände gemacht in der Runde. Davon auch mindestens einer permanent. Der noch gut Schaden gemacht hat. Zwei Wassereinbrüche nur. Dadurch, dass natürlich auch der Höchstschaden relativ gering ist bei diesen Torpedos, machen diese auch nicht ganz so häufig Blutungen wie andere. Denn noch Eroberung und Eroberung unterstützt. Und zwei Schiffe aufgeklärt. Schauen uns schnell das Teamergebnis an. Nette Runde hier auf jeden Fall. 2.200 Basis-EP. Auch der Käpt'n Yoink hier eine gute Runde gespielt. Und im Gegnerteam die Jaguar. Dort bester Spieler mit zwei vernichtenden Schlägen. Schade, dass wir dort nicht noch unsere SAP-Gegen nutzen konnten. Schauen uns auch schnell den Wirtschaftszweig an. 182.000 Kreditpunkte Profit gemacht mit dem einfachen Booster. Und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auch soweit mit der Schiffsvorstellung gewesen sein. Vom Stufe 4er Zerstörer der Italiener. Und ja, man muss auf jeden Fall schon sehr sehr hart für arbeiten, um dort eine gute Schadenszahl zu erreichen. Wir haben in der Runde wirklich gut Schaden mit der Hauptbatterie gemacht. 10.000 gegen den Zerstörer. Dennoch mit einem permanenten Brand gegen Schlachtschiff wahrscheinlich nochmal 10.000. Dennoch zusätzliche Treffer bestimmt nochmal 10.000. Aber allgemein sind natürlich gerade, was die Torpedos angeht, die Schadenszahlen dort sehr sehr gering. Trotz 10 Torpedotreffer haben wir vielleicht maximal 50.000 Schaden gemacht mit den Torpedos zusammen. Was natürlich nicht wirklich viel ist. Und das kann auf jeden Fall auch in gewissen Situationen ein sehr großer Nachteil sein. Dass man halt einfach keine Torpedos hat, die gegen zumindest sehr gut gepanzerte Ziele mit vielen Trefferpunkten wie Schlachtschiffen dort auf jeden Fall nicht wirklich die Option hat, diese mit einer Salve rauszunehmen. Und es dort schwierig wird, in solcher Situation dann wieder lebend rauszukommen. Weil natürlich ist dieser Nebel sehr sehr gut geeignet, um in einer Situation, um diesen Offensiv zu nutzen, reinzukommen. Aber der bietet dann quasi keinen Schutz mehr, um dort wieder rauszukommen, wenn das Ziel halt überlebt oder mehrere Ziele sind. Gerade gegen mehrere Ziele haben die italienischen Zerstörer einfach ihre Probleme. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.